hallo danke dass du dir dieses video anschaust denn du bist beim money flow kongress von amata bayern live am 2.4 mit dabei vorab ich sage erstmal danke dass du mit dabei bist und danke dass du außergewöhnlich bist mein name ist david solano und ich werde mit dir am 2.4 über das thema außergewöhnliche sales sprechen und wir werden uns exakt drei säulen anschauen wir werden uns drei säulen anschauen mit denen du das fundament hast wie du durch verkauf mehr fülle und freiheit in deinem leben erschaffst lass uns ganz kurz in diese drei säulen reingehen damit du weißt was dich ab 12 uhr mit mir erwartet solle 1 b sei ein außergewöhnlicher verkäufer dort bekommst du von mir die tools und die hacks wie du zu einer außergewöhnlichen sales persönlichkeit wirst säule zwei fragen tun ihr robben sagt so schön the power of your questions create your destiny die macht und die qualität deiner fragen bestimmen über dein schicksal und die fragen die ich dir mitgebe sind exakt acht stück und warum du nur diese acht fragen im sales brauchst um monat für monat 20 bis 30 prozent neuumsatz zu erschaffen und letzter punkt dein außergewöhnliches sales mindset was ganz ganz wichtig ist wir werden uns den state anschauen in welchem du verkaufst dazu wirst du ein paar hacks bekommen wir werden uns die stories anschauen die du dir selber über verkauf erzählst und wir werden uns die routinen anschauen die du vor calls und nach calls brauchst um außergewöhnliche neue klienten zu erschaffen was mir wichtig ist aber verrate es keinem nur durch diese drei säulen bist du in der lage monatlich mit deinem sales sechsstellig zu werden daher ganz wichtig bist du bereit dafür bist du fähig und bereit dafür deinem leben am kommenden zweiten vierten eine komplett neue richtung zu geben und damit eine neue entscheidung zu treffen für mehr fülle und mehr freiheit ich freue mich auf dich und ich sage adios ich freue mich auf dich ciao david solano